Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine Prüfungssimulation, das bedeutet 30 Fragen, 45 Minuten Zeit und weniger als 10 Fehlerpunkte. Wie lange dauert es im Allgemeinen, bis 1,0 Promille Alkohol im Blut abgebaut ist? 1 Stunde, 5 Stunden, 10 Stunden. Also bei Alkohol kommt natürlich immer auf den Körper darauf an, aber sagt man, dass ungefähr 0,1 Promille pro Stunde abgebaut wird. Das heißt bei einem Promille praktisch 10 Stunden. Wie schätzen Sie die Situation ein? Also es geht hier um den Roller bzw. um den Herren, der den Roller schiebt. Und die Fußgängerin kann unachtsam die Fahrbahn betreten. Der Fußgänger mit dem Mofa kann plötzlich die Richtung ändern. Ich kann unvermindert weiterfahren. Genau, also um die Dame, die da auch rechts hinter dem Auto steht und um diesen Roller oder Mofa-Fahrer. Also in dem Fall sind 1 und 2, die ersten beiden Antworten, richtig. Dieses Video kennen wir zu Genüge. Wir haben ein Vorfahrt gewährend. Von rechts nähert sich gleich ein Fahrzeug. Guck mal, da kommt sogar ein Radfahrer von rechts. Ein Radfahrer, aber ich glaube der Grüne, der macht auch gleich irgendwas. Nein, macht er nicht. Okay, pass auf, es gibt zwei von diesen Videos. Bei dem einen kommt von rechts ein Auto. Du siehst ja, dass hier sich so ein Stau angebahnt hat. Und du darfst ja nicht in die Kreuzung einfahren, wenn du sie verstopfen würdest. Deswegen bleiben die Fahrzeuge auf der rechten Seite stehen. Im Prinzip, obwohl ich jetzt ein Vorfahrt gewährend habe, könnte ich ja über diese Kreuzung fahren. Und von rechts kommt halt einer, also steht da und auf einmal setzt er den Blinker links und möchte links in die Straße einbiegen. Und darauf musst du halt reagieren. Und in dem Fall, das ist ein anderes Video, kommt der Radfahrer von rechts. Du siehst die Situation und denkst so, ja alles cool, ich kann einfach über die Kreuzung drüber fahren, weil die müssen ja warten. Und der Radfahrer schlängelt sich natürlich dadurch und dementsprechend hier auf den Radfahrer müssen wir achten. So, weshalb müssen wir warten? Blablabla. Wegen des Radfahrers. Fertig. Wie müssen sie sich verhalten? Okay, wir haben einen Ball auf der Straße. Das kann natürlich sein, dass da gleich Kinder mit hinterher rennen und dementsprechend... Mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren. Sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. Bremsbereit bleiben. Deswegen tun wir sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen und fahren bremsbereit weiter. Bremsbereit bedeutet linker Fuß vor der Kupplung, rechter Fuß vor der Bremse. Dann beruhigt sich das Auto normalerweise eh auf eine gewisse Geschwindigkeit. Im ersten Gang sind es ungefähr so 7, 8 kmh. Und im zweiten Gang so um die 15, 16, 17 kmh. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen? Ähnliche Frage. Hier rennen drei Kinder zur linken Straßenseite und ein Kind rennt auf die rechte Straßenseite. Jetzt dreht sie sich natürlich um und denkt sich so, ja, jetzt stehe ich da alleine auf der einen Straßenseite. Ich würde doch lieber bei meinen Kumpels drüben sein. Und dann kann es sein, dass das Kind sich nochmal umdreht und nochmal über die Straße drüber rennt. Alle Kinder warten auf dem Gehweg. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig. Einzelne Kinder kehren wieder um. Also zwei und drei, ganz klar. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihr Fahrzeug. Wie müssen Sie reagieren? Das war jetzt schon die dritte oder vierte Frage mit einem Ball. Bremsen, ausweichen, weiterfahren. Oh, okay, das ist schwierig. Das ist schwierig. Also weiterfahren, ganz klar, das kreuzen wir nicht an. Bremsen auf jeden Fall. Ausweichen. Fünf Fehlerpunkte. Vor uns rollt ein Ball auf die Straße. Wie reagieren wir? Ausweichen. Es kann natürlich sein, dass das Kind halt hinterher hechtet. Und dann ist ausweichen jetzt wahrscheinlich nicht so eine gute Idee, weil wenn wir genau in die Richtung ausweichen, aus der das Kind aus der Hecke rausschießt, ist es ein bisschen blöd. Ich würde jetzt nur bremsen sagen. Was sagst du? Schreib es in die Kommentare. Ich lasse es jetzt mal nur bei Bremsen. Wenn nicht, dann kassieren wir halt die fünf Fehlerpunkte. Das wäre schon extrem bitter, aber aus Fehlern lernt man. Sie nähern sich Kindern, die auf dem Gehweg spielen. Wie müssen sie sich verhalten? Aber lass mich die Fehler machen. Du machst in deiner Prüfung, du bestehst die Prüfung. So, schon wieder Kinder auf dem Gehweg spielen. Wie müssen wir uns verhalten? Unverändert weiterfahren, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu behindern. Also unverändert weiterfahren ist normalerweise eigentlich nie richtig. Hupen und weiterfahren ist auch Quatsch. Also in dem Fall werden wir langsamer fahren und bremsbereit sein. Vor dem Motorrad möchte ein Pkw auf die Fahrbahn zurücksetzen. Womit müssen sie rechnen? Okay, wir haben hier Schnee auf der Fahrbahn. Das ist sehr, sehr wichtig. Als Motorradfahrer fährst du normalerweise nicht auf Schnee. Also solltest du auf gar keinen Fall. Er macht es trotzdem und dementsprechend hat er ein paar Nachteile. Zum Beispiel, dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird. Dass mein Bremsweg länger als normal wird. Dass der Pkw weiter zurücksetzt. Okay, davon ist es gar keine Frage. Also das Motorrad plötzlich abgebremst wird. Das ist natürlich richtig. Er bremst, weil vor ihm ein Fahrzeug rückwärts auf die Fahrbahn fährt. Dass mein Bremsweg länger als normal ist. Klar, wir fahren auf Schnee. Dass der Pkw weiter zurücksetzt. Das ist auch richtig. Wenn der da rückwärts rausfährt. Dann, ich mache es nochmal groß. Dann sieht man eventuell nicht so gut. Und ja, kann natürlich sein, dass er dann einfach weiter rausfährt. Also wir klicken alle Antwortmöglichkeiten an in dem Fall. Okay, wir sind eine Straße mit Kopfsteinpflaster. Wir fahren anscheinend innerorts. Einer kommt uns entgegen. Jetzt muss natürlich einer ausweichen. Rechts haben wir eine Lücke. Das heißt, wir schauen kurz, dass kein Radfahrer neben uns fährt. Und fahren dann rechts in die Lücke rein, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten? Ich fahre weiter, weil der Entgegenkommende zurückfahren muss. Ich fahre zurück, denn der Entgegenkommende darf fahren. Ich fahre in die Lücke, um den Entgegenkommenden vorbeizulassen. Ja, also wie gesagt, wir fahren in die Lücke rein, wenn hier einer zurückfahren müsste. Das wäre nur der Fall, wenn wirklich überhaupt keine Lücke frei wäre. Ab welcher Höhe darf Ladung bis zu 50 Zentimeter nach vorn über ihr Kraftfahrzeug hinausragen? Gut, es sind 2,50 Meter. Und zwar habe ich mir das so gemerkt, dass wenn Ladung aus deinem Fahrzeug rausragt, das wäre ja blöd, wenn das irgendjemanden treffen würde. Und die meisten Menschen sind nicht größer als 2 Meter. Also 2 Meter kann schon mal einer sein, vielleicht auch 2,05 Meter oder so. Aber 2,50 Meter eigentlich nicht. Und deswegen wäre es gut, wenn diese Ladung über dieser Grenze wäre. Und deswegen 2,50 Meter und nicht 2 Meter. Weil 2 Meter Menschen gibt es. Was kann schon durch eine 20-prozentige Überladung eintreten? Also das bedeutet einfach, dass du die zulässige Gesamtmaßnahme deines Fahrzeugs überschritten hast. Du hast einfach zu viele Badewannen und Waschmaschinen in deinem Kofferraum. Schäden an tragenden Fahrzeugteilen. Überbeanspruchung der Bremsen. Verschlechterung des Lenkverhaltens. Ja, also Schäden an den Fahrzeugteilen. Ganz klar, du hast mehr Gewicht auf deinem Fahrzeug. Wenn du da über einen kleinen Huckel drüber fährst, kann es natürlich sein, dass dein Fahrwerk Schäden nimmt. Du hast mehr Masse, die du abbremsen musst. Dementsprechend leiden natürlich auch die Bremsen. Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich natürlich auch, weil du musst natürlich auch mehr Masse beschleunigen. Und das Lenkverhalten ist ziemlich beschissen, weil du mehr Masse lenken musst. Und das heißt, die Masse drückt ja immer in... Die ist ja relativ träge. Und wenn du den einlängst, dann drückt die halt trotzdem geradeaus weiter. Deswegen ist das Fahrverhalten ziemlich beschissen. Sie möchten geradeaus weiterfahren. Wie verhalten Sie sich richtig? Okay, also eine grüne Ampel. Vor uns möchte ein Fahrzeug links abbiegen. Da kommt anscheinend ein Fahrzeug entgegen. Der blaue. Deswegen muss der gelbe etwas warten. Rechts neben uns fährt einer... Ja, schauen wir halt mal. Ich bleibe zunächst in meinem Fahrstreifen. Okay. Ich überhole das neben mir fahrende Fahrzeug und wechsle den Fahrstreifen. Also das bedeutet, du würdest ja hier so radikal durchziehen. Das machen wir natürlich nicht. Ich wechsle bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts. Okay. Also eins klicken wir natürlich auf jeden Fall an. Erstmal hinter dem Fahrzeug bleiben. Bei einer geeigneten Möglichkeit nach rechts. Ja. Also, mein Gott. Der blaue, der Gegenverkehr wird gleich weg sein. Und dann wird der gelbe auch gleich abbiegen. Also ich würde jetzt keinen Fahrstreifenwechsel machen, weil der ist ja gleich weg. Aber wenn hier schon so schön steht, ich wechsle bei einer ausreichenden Verkehrslücke nach rechts. Das klingt natürlich schon sehr harmonisch. Und deswegen werde ich das einfach mal anklicken. Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich ist? Das ist ja richtig easy, weil ich glaube, das hatten wir in der letzten Frage. Ja. Beantwortet sich das ja praktisch selber. Ja. Hier steht ja schon 50 Zentimeter. Und die 50 Zentimeter, die werden wir auch hier eintragen. Aber Achtung! Hier ist als Angabe Meter gegeben. Und deswegen werden wir 0,5 eingeben. Sie wollen während des Führens eines Fahrzeugs telefonieren. Was ist zu beachten? Die Bedienung des Telefons kann mich ablenken. Das Gespräch kann mich ablenken. Das Telefonieren mit einer Freisprecheinrichtung lenkt mich nicht ab. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber reden. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. Welche Fahrweise führt innerorts zu einem hohen Kraftstoffverbrauch? Okay, also Schlagworte sind manuelles Getriebe, also Schaltgetriebe, kein Automatikfahrzeug. Innerorts und hoher Kraftstoffverbrauch. Schauen wir mal. Fahren in hohem Gang. Starkes Beschleunigen. Fahren mit hoher Motordrehzahl. Also hört sich vielleicht brutal an, aber fahren im hohen Gang bedeutet einfach, dass der Motor weniger leisten muss. Du aber dennoch schneller und weiter vorankommst. Das würde also praktisch Kraftstoff sparen. Deswegen, es geht ja hier um, was einen hohen Kraftstoffverbrauch zur Folge hat und fahren im hohen Gang dementsprechend nicht. Starkes Beschleunigen und fahren mit hoher Drehzahl, das verbraucht sehr viel Kraftstoff. Also immer, wenn du die Masse beschleunigen musst, dann kostet das viel Energie. So, wir haben eine abknickende Vorfahrtstraße. Wir befinden uns nicht auf der abknickenden Vorfahrtstraße, sondern der Motorradfahrer. Wir haben ein Vorfahrtgewehren. Dann haben wir noch ein blaues Fahrzeug, welches auch ein Vorfahrtgewehren hat. Wenn es zwei gleichrangige Verkehrszeichen sind. Also wir haben das Vorfahrtgewehren und der blaue. Dann gilt wieder die Regel, der von rechts darf zuerst fahren. Ganz klar Motorradfahrer als erstes, weil er ist ja auf der Vorfahrtstraße. Dann der blaue und dann wir. Also, wir müssen den blauen Pkw durchfahren lassen. Ja, ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ja, ich darf vor dem blauen. Nein. Welches Verhalten ist richtig? So, wir sind wieder auf der abknickenden Vorfahrtstraße. Wir verlassen die abknickende Vorfahrtstraße. Da haben wir noch ein Motorrad, welches auf der abknickenden Vorfahrtstraße bleibt. Das heißt, der, wo drauf bleibt, hat Vorfahrt. Wir verlassen sie. Wir müssen den Motorradfahrer durchfahren lassen. Der gelbe ist uns eh scheißegal. Wir sind ja auf der Vorfahrtstraße. Also, ich muss das gelbe Fahrzeug durchfahren lassen. Auf gar keinen Fall. Ich darf vor dem gelben Fahrzeug abbiegen. Ja, das dürfen wir. Ich muss das Motorrad vorbeifahren lassen. Ja, das müssen wir auch. Ich glaube, diese Frage ist für viele Leute sehr kompliziert und nicht verständlich, weil wir biegen ja links ab und der gelbe fährt geradeaus weiter. Aber bedenke, Verkehrszeichen gehen immer darüber. Ja, also wir sind auf der Vorfahrtstraße und er hat ja ein Vorfahrtgewähren. Anders würde es jetzt aussehen, wenn die Vorfahrtstraße geradeaus weitergehen würde. Ja, also wenn die Vorfahrtstraße keinen Knick macht, keine abknickende Vorfahrtstraße wäre, sondern geradeaus, dann, klar, müsste der Motorradfahrer warten, weil er hätte ja dann ein Vorfahrtgewähren oder ein Stoppschild, weil nur dieser Verkehr Vorfahrt hat. Und natürlich hat dann der gelbe auch Vorfahrt. Und dann biegen wir ab. Das heißt, wir kreuzen uns mit dem gelben. Dann müssten wir warten. Aber wir haben eine abknickende Vorfahrtstraße nach rechts. Der gelbe hat ein Vorfahrtgewähren. Deswegen dürfen wir vor dem gelben fahren und der Motorradfahrer vor uns. Welches Verhalten ist richtig? Ja, rechts vor links. Also der Lkw, dann wir und dann der Motorradfahrer. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. Nein, ich lasse den Lkw durchfahren. Ich biege vor dem Lkw links ab. Nein, wir lassen nur den Lkw durchfahren. Das ist ein Geburtszeichen. In welche Richtungen dürfen sie weiterfahren? Ja, also Geburtszeichen sagen dir immer, was du zu tun hast, was du tun musst. Und du darfst nur rechts oder links abbiegen. Kommst du in deiner Prüfung an diese Kreuzung mit dem Verkehrszeichen, fragst du den Prüfer, ob er links oder rechts fahren möchte. Was ist bei diesem Verkehrszeichen erlaubt? Gut, das ist ein eingeschränktes Halterverbot. Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken. Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden. Mit einem Parkschein aus einem Parkscheinautomaten darf hier jeder unbegrenzt parken. Okay, das könnte auch ein bisschen kompliziert sein. Also wir sehen das eingeschränkte Halterverbot, darunter mit einem Zusatzzeichen gepaart, dass Schwerbehinderte mit der jeweiligen Nummer hier parken dürfen. Das ist richtig. Das Halten zum Ein- oder Aussteigen und Ausladen, das ist im eingeschränkten Halterverbot auch erlaubt. Du darfst dort halten bis zu einer Dauer von drei Minuten und du darfst auch aussteigen, wenn du dein Fahrzeug beladen möchtest oder jemanden ein- oder aussteigen lässt. Mit dem Parkschein darfst du hier nicht parken. So, jetzt haben wir die 20 Fragen aus dem Grundstoff durch. Jetzt springt der Reiter automatisch in den Zusatzstoff. Diese Fragen bekommst du nur, wenn du den Autoführerschein machst. Sie halten mit ihrem Fahrzeug an, um Mitfahrende rechts aussteigen zu lassen. Dort verläuft ein Radweg. Was sollten sie tun? Ich sollte nur den Verkehr im Innenspiegel beobachten. Ich sollte mich vergewissern, dass keine Radfahrer kommen. Ich sollte die Aussteigenden auf den Radweg hinweisen. In der ersten Antwortmöglichkeit haben wir das kleine Wörtchen NUR. Und wenn da NUR steht, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Frage eigentlich falsch ist. Das heißt, dass du dich nur auf diesen Spiegel konzentrieren musst und nichts anderes machen. Das ist immer falsch. Du solltest dich auf jeden Fall vergewissern, dass keine Radfahrer kommen. Und du solltest auf jeden Fall den Aussteigenden auf den Radweg hinweisen. Also sagen, pass auf, da ist ein Radweg. Schau bitte, bevor du die Tür aufreißt. Auf einer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften fährt vor Ihnen ein PKW etwas langsamer, als es erlaubt ist. Sie ärgern sich über den langsameren PKW. Wie verhalten Sie sich? Also außerhalb geschlossener Ortschaften bedeutet auf der Landstraße zum Beispiel. Ich passe meine Geschwindigkeit dem Vorausfahrenden an. Ich überhole an geeigneter Stelle. Ich betätige die Lichthupe, bis der PKW vor mir schneller fährt. Okay, also natürlich bleiben wir erstmal gelassen und hinter dem Fahrzeug. Bei einer geeigneten Möglichkeit können wir natürlich überholen. Und jetzt hier, ich betätige die Lichthupe. Das ist im Prinzip erlaubt zum Ankündigen des Überholvorgangs. Aber hier steht, bis der PKW vor mir schneller fährt. Das heißt, du fährst hinter diesem PKW und gibst die ganze Zeit Lichthupe. Also du provozierst ihn damit und nötigst ihn. Und das machen wir natürlich nicht. Es gibt ja einen Grund, warum er so langsam fährt. Worauf weisen solche Verkehrszeichen hin? Grundsätzlich blau ist ja immer Autobahn. Da hast du ja schon die Hälfte der Antworten, kannst du ja ausschließen. Auf die Entfernung bis zur nächsten Tankstelle. Auf die Nummer einer Autobahn. Auf die Nummer einer Europastraße. Also einfach Autobahn. Blau ist immer Autobahn. Worauf weist die Zahl 26 in diesem Verkehrszeichen hin? Ganz klar. Autobahn. Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26. Auf die Entfernung von der Ausfahrt bis Düsseldorf-Behnrad. Auf die A26. Mhm. Okay. Also, ganz klar. In 1000 Metern kommt die Ausfahrt. Und da oben haben wir noch die 26. Man könnte sich zum Beispiel das so merken. Du hast ja links neben der 26 so einen Pfeil, der so rausgeht. Also so eine Ausfahrt. Also dieses Verkehrszeichen sagt dir, dass da die Ausfahrt Nummer 26 kommt. Aber auch die Entfernung, Moment, Moment, die Entfernung bis zur Ausfahrt von Düsseldorf. Genau. Also 1 und 2 sind richtig. Auf die A26, das stimmt nicht. Das würde anders aussehen. Das würde so aussehen wie, ja, so ähnlich wie dieses Verkehrszeichen. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Ganz klar, wie der Autobahn. Auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr. Auf eine U-Bahn-Station. Auf die Bundesstraße 22. Also Bundesstraße auf gar keinen Fall. Bundesstraße bedeutet Landstraße. Und Landstraße ist ja gelb. Auf eine U-Bahn-Station, so ein Blödsinn. Also Bedarfsumleitung, U-Verumleitung und blau Autobahn. Was lenkt sie während der Fahrt stark ab? Anzünden einer Zigarette. Quengelnde Kinder auf den Rücksitzen. Telefonieren. Einfach alles. Alles kann ich ablenken. Was ist beim Transport von Fahrrädern auf einem Hecktragesystem zu prüfen? Ob das System nach Herstellerangaben für das Fahrzeug geeignet ist? Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind? Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden? Ja, hier ist auch alles richtig. Also es ist ein Fahrradträger, der hinten am Kofferraum montiert wird. Und natürlich musst du aufpassen, dass die Beleuchtungseinrichtungen in Ordnung sind. Dass die Fahrräder richtig sitzen. Und das ist natürlich auch dieser Träger für das Fahrzeug, welches du fährst, geeignet ist. Sie nähern sich auf dem linken von zwei Fahrstreifen einem Fahrzeug, das gerade zum Überholen ausschert. Wie verhalten sie sich? Den Vorausfahrenden überholen lassen. Dichter auffahren, hupen und blinken. Zum Vorausfahrenden ausreichenden Abstand einhalten. Also bedeutet, du fährst auf einer Autobahn zum Beispiel, es sind zwei Fahrstreifen. Du fährst auf dem linken Fahrstreifen, du überholst gerade hier den LKW. Und kurz davor schert einer aus auf deinen Fahrstreifen. Und du ärgerst dich halt so ein bisschen, weil der bremst dich ja jetzt ab. Ja, wir werden ihn überholen lassen, gar kein Problem. Dichter auffahren ist immer eine dumme Idee. Und natürlich halten wir genügend Abstand zum Vorausfahrenden. Ja, wir haben ja schon erkannt, dass er Probleme mit dem Abschätzen von Abständen hat. Und dementsprechend schauen wir, dass wir zu ihm etwas mehr Abstand einhalten können. Sie kommen unerwartet auf einem Fußgängerüberweg zum Stehen. Wie verhalten Sie sich? Das ist immer ungut. Keinesfalls rückwärts fahren, auch wenn hinten frei ist. Etwas vorwärts oder rückwärts fahren, um den Überweg so weit wie möglich frei zu machen. Halbseitig auf den Gehweg fahren, um damit den Überweg frei zu machen. Okay, also ganz klar, auf den Gehweg fahren wir auf gar keinen Fall. Keinesfalls rückwärts fahren, auch wenn hinter ihm frei ist. Also, nee, wir kreuzen jetzt mal die zweite an. Etwas vorwärts oder rückwärts fahren, um den Überweg so weit wie möglich frei zu machen. Das klingt schon ganz gut. Keinesfalls rückwärts fahren, auch wenn frei ist. Also es ist halt, nee, wir lassen es bei der 2. So, zum Schluss haben wir noch ein Video. Wir fahren auf einer Autobahn anscheinend, 130, könnte auch eine Kraftfahrstraße sein. Die LKWs da vorne leisten sich ein Rennen. Der blaue ist jetzt ganz besonders gefährlich neben uns. Der blaue ist sehr gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Der blaue wird wahrscheinlich auf den linken Fahrstreifen rüberziehen. Man hat gesehen, dass der immer näher an den LKW kommt. Und damit musst du auf jeden Fall rechnen. Worauf müssen sie sich jetzt einstellen? Dass der Überholvorgang des grünen LKW länger dauert. Ja gut, jetzt haben wir schon gesehen, dass es länger dauert. Dass der blaue PKW zum Überholen ansetzt. Ja. Dass der weiße LKW beschleunigt. Nein, der wird bestimmt nicht beschleunigen. Der fährt eh schon am Limit. Und schneller kann er wahrscheinlich eh nicht. So, dann geben wir die Prüfung mal ab und schauen, ob wir bestanden haben. Und ob wir diese fünf Fehlerpunkte kassiert haben. Nein, die fünf... Also bestanden haben wir. Aber... Ja, boah, zwei Fragen falsch. Das ist ja richtig viel. Was haben wir denn gemacht? 0,5 Meter. Oh, nein. Wie weit darf die Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich ist? Du musst die Frage komplett lesen. Oh, nein. Es ist ein Meter. Es ist ein Meter. Und hier haben wir tatsächlich auch eine Frage falsch. Warum? Auf die Entfernung von der Ausfahrt bis Düsseldorf. Aber die Ausfahrt kommt doch in 1000 Metern. Auf die Entfernung von der Ausfahrt bis Düsseldorf. Hä? Das verstehe ich nicht ganz. Aber wir werden eine Sache auf den Grund gehen. Und das Ganze werden wir im nächsten Video nochmal klären. Ganz klar. Gut. Falls dir das Video gefallen hat und geholfen hat, freue ich mich sehr, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Das würde dem Kanal sehr, sehr helfen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast und du hast Interesse daran, den Führerschein zu machen und mehr von diesen Videos zu sehen, dann abonniere den Kanal. Dann bekommst du nämlich immer die neuesten Videos vorgeschlagen. Und wenn du noch weitere Hilfe benötigst, unten in der Beschreibung habe ich dir einen Videokurs verlinkt. Den habe ich erstellt. Da sind die Themen alle erklärt. Und zwar so, dass du sie verstehst. Und mit dem Wissen von diesem Videokurs kannst du die Fragen für den Führerschein beantworten. Ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ja, bis dann. Die Zahl 26. Es ging gar nicht um die 1000 Meter. Weil die 1000 Meter sagen dir natürlich, dass die Ausfahrt in 1000 Metern kommt.